Mein Name ist Edi Etocek und im letzten Jahr habe ich hier im Wucht den Otterco of the Year Contest gewonnen. Und in diesem Jahr werde ich es wieder tun. Denn wer mich besiegen will, benötigt nicht nur eine gehörige Portion. Kraft! Fälligkeit! Geduld! Intelligenz! Mut! Sondern auch Skill und für alle Dien. Glück! Denn in diesem Jahr gibt es beim Otterco of the Year Contest nur eine Idee. Um am Otterco of the Year Contest teilzunehmen, machst du folgendes. Schnapp dir deinen Otterco-Bast, besuche Österreichs Conventions, trage dich für Wettbewerbe und Turniere ein und sammle so viele Punkte wie möglich. Die Besten schaffen es ins große Finale am Sonntag auf der Ani-Night. Viel Glück und wir sehen uns im Finale. Ja! Ja!